Hallo, Chest of Fandoms Go's Leipziger Buchmesse zum ersten Mal mit Stand vertreten. Es wird ganz viele tolle Bücher zum Shoppen geben natürlich, es wird Signierstunden geben. Dort könnt ihr dann mit den Büchern vorbeischauen und euch diese signieren lassen. Ihr müsst die auch nicht mitschleppen, ihr könnt einfach zum Stand kommen und euch diese dann kaufen. Wir haben etliche Bücher dabei, wirklich etliche. Seid fleißig, sonst haben wir echt viel zurückzutragen. Und falls ihr schon mal einen Eindruck erhalten möchtet, wie der Stand aufsehen könnte, im letzten Newsletter war ein Moodboard. Falls ihr generell alle Updates als erstes haben wollt, abonniert unseren Newsletter und schreibt mir unbedingt, ob ihr bei der Leipziger Buchmesse dabei seid. Ich würde mich riesig freuen, euch kennenzulernen.